Hallo und willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Ich bin Osiris und in diesem Video sprechen wir darüber, was der Unterschied zwischen der dritten, vierten und der fünften Dimension ist. Ich habe schon in einigen Videos angesprochen, dass seit Anfang des Jahres 2016 die Energien der vierten Dimension auf der Erde verankert worden sind. Das bedeutet die Erweiterung des Energiesystems bei Menschen, denn das sind höhere Energien, die hier verankert worden sind und diese Energien sind auf der Erde seit Anfang des Jahres aktiv. Wir Menschen leben alle auf der Erde, sind mit der Mutter Erde verbunden und natürlich passen sich sehr viele Menschen diese Energien an, diese Schwingung an und gehen mit dieser Schwingung mit, wodurch es natürlich dazu kommt, dass die Menschen dann in der Lage sind, diese Energien der vierten Dimension in ihren Körper und damit auch in ihren Lichtkörper zu verankern, zu aktivieren, zu übernehmen. Und dadurch kommt es zu verschiedenen Funktionen, neuen Funktionen des physikalischen Körpers, wie zum Beispiel der Telepathie. Denn durch die Energie in der vierten Dimension aktiviert sich auch die Telepathie bei einem Menschen. Die Zirbeldrüse wird aktiv, der Mensch wird schneller entgiftet, der Mensch reagiert auf höhere Schwingungen, wodurch natürlich Veränderungen im eigenen Körper und natürlich auch in der DNA des Menschen stattfindet. Das ist ein natürlicher, kosmisches, universelles Prozess, das alle Lebewesen und vor allem alle Menschen auf der Erde betrifft. Und das ist etwas, was sehr viele Menschen skeptisch macht und sehr viele Menschen es nicht verstehen, weil sie es mit dem logischen Verstand nicht nachvollziehen können. In Wirklichkeit ist es ein natürlicher, universelles, kosmisches Prozess und es gehört einfach zu Menschsein dazu. Denn gerade jetzt, weil dieses Event passiert, das passiert nicht sehr oft, das passiert nur alle paar hunderttausend Jahre, dass die Erde so eine Transformation durchmacht. Das ist etwas, was natürlich viele Menschen verunsichert und viele Menschen nicht wissen, wie sie damit genau umgehen können. Aber das ist etwas sehr Natürliches. Das ist auch einer der Gründe, warum so viele Menschen aktuell auf der Erde inkarniert sind, warum wir eine so hohe Bevölkerungsdichte in manchen Ländern haben, warum so viele Menschen auf der Erde leben, weil natürlich sehr viele Seelen hier inkarnieren, nur deswegen, um dieses kosmische Event der vierten, also des Übergangs von der dritten in die vierten Dimension zu erleben. Weil, wie gesagt, so etwas passiert sehr selten. Und das ist ein Zyklus, ein Evolutionszyklus, ein sehr wichtiger Evolutionszyklus der Menschheit. Und dieser Zyklus beeinflusst die Zukunft der Menschheit. Denn das, wie die Menschen damit umgehen, wird definitiv sich auf die Zukunft der gesamten Menschheit und der Erde auswirken. Aber sprechen wir jetzt mal darüber, wo der Unterschied zwischen der dritten und der vierten Dimension wirklich ist. Bei der dritten Dimension sprechen wir von einer sehr primitiven und niedrigen Schwingung. In Wirklichkeit ist das das, was wir hier auf der Erde visuell wahrnehmen können. Alles, was wir hier visuell wahrnehmen können, diese ganzen Programme, diese ganzen Systeme, das entspricht der 3D-Welt, wie wir sie alle kennen. Das ist eine sehr kleine Perspektive von dessen, was in Wirklichkeit existiert. Weil sich diese Realität in erster Linie auf das fokussiert, was wir sehen. Aber nicht auf das, was wirklich existiert. Das, was wir sehen, ist gemessen an den Energiespektren, die wirklich existieren, nur ein kleiner Teil. Denn wir haben sehr viele verschiedene Energiespektren und Frequenzen, die wir wahrnehmen können. Und das, was wir sehen, ist nur ein sehr kleiner Teil davon. Wir haben in Wirklichkeit so viele verschiedene Dinge. Wir haben hier radioaktive Energie. Wir haben Gamma-Strahlung, wir haben Infrarot, wir haben verschiedene Infrarotwellen, wir haben verschiedene Frequenzen. Und wenn man das alles auf einer Skala aufzeichnen würde, dann hätten wir eine ganz breite Skala. Das Einzige, was wir aber wahrnehmen, was die Menschen in der dritten Dimension wahrnehmen, das ist nur ein ganz kleiner Teil von dessen, was existiert. Und zwar, das ist die visuelle Sichtweise, so wie wir Dinge mit unseren Augen wahrnehmen können. Die Erweiterung der vierten Dimension, die Energie in der vierten Dimension bedeutet, die Erweiterung des Energiespektrums, das existiert. Das bedeutet, wir entfernen uns von der visuellen Sichtweite in eine telepathische Sichtweite, wodurch wir einfach andere Frequenzen und Energien wahrnehmen können. Und dann spricht man von einer höheren Dimension, von einer höheren Perspektive. Und da sind auch meistens dann die telepathischen Fähigkeiten, die für die Wahrnehmung dieser Energien zuständig sind. Das bedeutet, wir fokussieren uns nicht mehr darauf, nur noch die visuellen Dinge wahrzunehmen, so wie wir es in der 3D-Welt gemacht haben, sondern wir sind dann quasi fähig, durch Fähigkeiten der vierten Dimension einen größeren Energiespektrum wahrzunehmen. Und das bedeutet, wir steigen auf, wir steigen spirituell auf, wir steigen in eine vierte Dimension auf, weil wir diese Energien auch wahrnehmen können. Dass wir diese Energien auch wahrnehmen können, bedeutet auch, dass diese Energien real sind. Auch wenn unser physikalisches Verstand und Bewusstsein es nicht richtig erfassen kann. Das sind Dinge, die das höhere Selbst erfassen können. Das sind Dinge, die unser höhere Geist und damit unsere Telepathie erfassen können. Das dritte Auge, das Horusauge wird dann meistens auch aktiv und kann diese Energien der vierten Dimension und damit ein viel größeres Energiespektrum wahrnehmen. Dieses Energiespektrum ermöglicht uns sehr viele Dinge. Wir können dadurch telepathisch kommunizieren. Das bedeutet, wir müssen nicht mehr unsere Sprache zum Kommunizieren nutzen, sondern wir können durch Telepathien Gedanken übertragen. Es gibt sehr viele Menschen, die bereits in der vierten Dimension verankert sind und sich diese Fähigkeiten bei diesen Menschen langsam zeigen und bemerkbar machen. Zum Beispiel, wie kann das ausschauen in der Praxis, dass man zum Beispiel an einen bestimmten Menschen denkt und kurz darauf ruft dieser Mensch einen an. Das ist meistens kein Zufall, sondern da ist bereits Telepathie am Spiel. Aber das ist genau die Art und Weise, wie sich in der Realität diese Dinge zeigen können. Es gibt natürlich Menschen, so wie mich und Isis. Wir sind in der sechsten Dimension aktiv, wodurch wir natürlich Fähigkeiten der Telepathie haben, wo wir zum Beispiel in der Lage sind, durch Telepathie, wenn wir zum Beispiel tausend Kilometer voneinander entfernt sind, telepathisch miteinander zu kommunizieren. Wir können uns Energie schicken, wir können uns Gedanken als Energieform schicken, wir können uns Emotionen schicken und wir können uns Liebe schicken. Und das Schöne daran ist, wir spüren es nicht mehr, wir nehmen es wahr. Wir können uns auch Bilder telepathisch übermitteln und wir können auf die Art und Weise miteinander auch telepathisch kommunizieren. Und das zeigt einfach, welches Energiesystem dahinter steckt. Dass es wirklich hier um eine wirklich große Energieerweiterung des Energiesystems, wie wir sie aus der 3D-Welt kennen, ist. Wodurch diese natürlich dann auch aktiv genutzt werden kann, weil diese Fähigkeiten natürlich möglich sind. Also Fähigkeiten der Telepathie, telepathisches Kommunizieren, Hellsehen, Heilen. Das sind alles Erweiterungen des Energiesystems der 4. Dimension. Und Menschen, die diese Energien auch wahrnehmen und in sich aktivieren, können diese Schwingung auch wahrnehmen und natürlich dann auch richtig übersetzen und verstehen und damit auch letztendlich arbeiten. Es gibt natürlich viele verschiedene Dimensionen. Auf der Erde ist aktuell die Energie der 4. Dimension verankert. Das bedeutet eine sehr hohe Schwingung, die wirklich alle Menschen, die es zulassen, auch verändert und transformiert, weil einfach die DNA dekodiert wird. Wir wissen, dass wir sehr viele Junk-DNA in unserem Körper haben und diese Junk-DNA wird durch diese hohe Schwingung wieder dekodiert, sie wird wieder entschlüsselt und funktionstüchtig gemacht, wodurch es natürlich zu diesen Fähigkeiten der Telepathie kommt. Es gibt natürlich auch eine fünfte Dimension, eine sechste und viel höhere Dimensionen. Das sind meistens auch dann die Dimensionen, wo außerirdisches Leben existiert. Wir haben sehr viele außerirdische Rassen aktuell um die Erde herum und diese außerirdischen Rassen haben bereits diese Entwicklungszyklen hinter sich gebracht, wodurch sie natürlich auch gelernt haben und sich diesen Energien angepasst haben, wodurch sie auch in der vierten Dimension und fünften Dimension existieren können. Das ist einer der Hauptgründe, warum diese außerirdischen von sehr wenigen Menschen gesehen werden. Nicht jeder kann sie erfassen, weil wie gesagt, sie befinden sich auf einer höheren Dimension, wofür man eigentlich die Telepathie braucht, weil die außerirdischen einfach diesen Zyklus hinter sich haben und sie sich auf der höheren Ebene befinden. Wir Menschen, viele Menschen sind noch immer in diese dritten Dimension gefangen und sie verstehen nicht, dass es eine höhere Dimension gibt, dass es ein höheres Bewusstsein gibt. Sie begreifen das nicht, sie verstehen das nicht und dadurch können sie auch die Wahrheit nicht erkennen, wodurch es natürlich zu diesen Problemen kommt, die wir aktuell auf der Welt haben. Aber wie gesagt, die Energien der vierten Dimension sind auf der Erde aktiv. Bereits über 25% der Menschheit haben diese Energien in sich aktiviert. 1,5% in der fünften Dimension, 25% in der vierten Dimension, wodurch die Menschen mitgehen und natürlich auch diese Energien früher oder später auch wahrnehmen können und nutzen werden. Das ist ein Teil der Evolution, das ist ein Teil des Übergangs, weil wie gesagt, wenn die Erde in die vierte Dimension aufsteigt, steigen wir Menschen automatisch mit und das führt natürlich auch dazu, dass sehr viel Unsicherheit und Unwissen in der Welt herrscht, weil die Menschen einfach mit diesem Thema nichts zu anfangen wissen. Sie wissen nicht, wie sie es einsetzen können. In Wirklichkeit ist es einfach nur ein natürlicher Zyklus und es bedarf einfach nur der richtigen Verständnis und des richtigen Bewusstseins. Wenn man sich dieser Dinge bewusst ist, dann kann man sie auch nutzen. Man kann lernen, damit umzugehen, man kann lernen, diese Energien aufzunehmen, in sich zu verankern, diese zu aktivieren, sie nicht zu ignorieren, sondern zu sagen, ja, ich spüre jetzt diese Energien. Dann hat es natürlich einen Einfluss auf das Leben eines Menschen, wodurch es dann zu einem spirituellen Wachstum und damit auch zu einem globalen Erwachen kommt. Wenn ich jetzt von den Energien der dritten, vierten und fünften Dimensionen spreche und ich würde es versuchen, auf die dritte Dimension zu übersetzen, sodass das wirklich auch Menschen verstehen, die mit dem Thema nicht so viel anfangen können, dann kann man sich das so vorstellen, dass einfach ich jetzt quasi dieses Video hier für euch mit einer Bildrate, mit einer Bildfrequenzrate von 30 Bildern pro Sekunde aufnehme. Wenn ich jetzt die vierte Dimension aufnehmen müsste, dann bräuchte ich 120 Bilder pro Sekunde, damit ich das komplette Energiespektrum aufnehmen kann, was die vierte Dimension bereitstellt. Würde ich die fünfte Dimension mit dieser Kamera aufnehmen wollen, bräuchte ich dann 250 Bilder pro Sekunde, damit ich das komplette Energiespektrum der Realität der fünften Dimension aufnehmen kann, weswegen natürlich wir eine eingeschränkte Sichtweise in der dritten Realität haben, weil die Menschen, die in der dritten Realität leben, nur 30 Bilder pro Sekunde nehmen können. Die Zeit gibt es aber nicht. Die Zeit ist eine Illusion, weswegen es in der vierten Dimension möglich ist, mehr Bilder pro Sekunde aufzunehmen, aber dazu braucht man auch das richtige Bewusstsein. Man braucht dazu Telepathie und das ist das, wo die meisten blockiert sind. Bei den meisten Menschen, die in der dritten Dimension gefangen sind, in der dritten Realität, ist meistens die Telepathie komplett blockiert, weil das dritte Auge blockiert ist und das ist, auf die Blockade in der Zirbeldrüse zurückzuführen. Ich habe dazu ein eigenes Video aufgenommen, wie man seine eigene Zirbeldrüse entkalken und wieder aktivieren kann. Unter dem Video findest du einen Link. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen in der dritten Dimension gefangen bleiben und die vierte Dimension und fünfte Dimension nicht wahrnehmen wollen oder können, weil sie nicht verstehen, dass da eine höhere Energie und ein höheres Energiesystem der Wahrnehmung vorhanden ist. Sie sind so an die dritte Realität, an die dritte Dimension festgekoppelt, dass sie einfach diesen Übergang nicht aus eigener Kraft schaffen können. Weswegen sie natürlich auch Hilfe brauchen und die Menschen, die in der vierten und fünften Dimension aktiv sind auf der Erde, sind natürlich auch bemüht, diese Menschen, die in der dritten Dimension aktiv sind, mitzunehmen. Für diese Blockade in der dritten Dimension gibt es natürlich sehr viele Gründe, warum es so ist. Das Ganze passiert nicht durch Zufall, sondern diese Blockade ist absichtlich erschaffen worden, um die Menschen absichtlich in dieser dritten Dimension zu halten. Das sind Blockaden, die das Bewusstsein der Menschheit manipulieren. Da sind viele Systeme, die wir haben. Da sind sehr viele Mind-Control-Programme. Das ist involviert und inkludiert in alle unsere Programme, die wir hier auf dem Planeten Erde haben. Das hängt an bei der Nahrung. Wir haben eine manipulierte Nahrung. Wir haben Medien, die uns sehr stark manipulieren. Wir haben sehr starkes Mind-Control. Wir haben Systeme wie Regierungen, wie Firmen, wie Farmers, die uns einfach manipulieren und einfach Menschen versuchen, in dieser dritten Dimension festzuhalten. Wir haben Schulbildung, die sehr primitiv ist, weil wir einfach nicht das beigebracht bekommen, was die universelle Wahrheit ist. Also es gibt sehr viele Kontrollmechanismen und sehr viele Kontrollprogramme, die die Menschheit gezielt in dieser dritten Realität gefangen halten. Weswegen ist es natürlich auch für Menschen wichtig, sich aus dieser Realität zu befreien, aus dieser 3D-Matrix zu befreien. Weswegen ich zum Beispiel den Film der Matrix mag, weil dort die Terminologie der Realität sehr nah dargestellt ist. Keine Angst, wir sind nicht irgendwo in einem Kokon gefangen und werden quasi abgezapft von Energien. So wie es in der Matrix dargestellt ist, ist es nicht. Was aber ist, ist die Realität. Es gibt hinter der Realität, die wir alle wahrnehmen, eine höhere Realität. Und das, was wir hier wahrnehmen, ist nur die Matrix. Und diese Matrix ist gezielt programmiert, damit wir alle, damit die meisten Menschen in dieser Matrix bleiben und sich davon nicht rausbewegen. Das ist gezielt manipuliert, das ist gezielt programmiert. Alle Systeme, die wir auf unserer Welt, auf der Erde aktuell haben, sind darauf programmiert, dass die Menschen in dieser dritten Realität in der untersten Schwingung bleiben. Das ist absichtlich programmiert, deshalb haben wir permanent Terroranschläge, deshalb kommen im Fernsehen permanent Negativinformationen, Negativinfos, Krieg und so weiter. Das sind alles Angstsysteme, die die Menschen durch Angst in einer tiefen Schwingung halten. Das ist alles darauf programmiert und das ist nicht erst jetzt von irgendwelchen Illuminati programmiert worden. Die Illuminati haben nichts damit zu tun. Das ist schon vor Tausenden von Jahren hier auf der Erde verankert worden. Diese Energien sind schon vor Tausenden von Jahren auf der Erde verankert worden, wodurch es sich so entwickelt hat, wie es ist. Diese ganzen Programme, die hier ablaufen, diese ganzen Systeme, die hier ablaufen, sind auf diese Energien, die schon vor Tausenden von Jahren hier auf der Erde verankert worden sind, zurückzuführen. Das geht auf eine bestimmte außerirdische Rasse zurück. Ich möchte aber darüber in diesem Video noch nicht sprechen. Ich möchte nur aufklären, was die Unterschiede der Realitäten sind. Was ist der Unterschied zwischen der dritten Dimension und der fünften Dimension? Wie das funktioniert, wie man sich das mit einem niedrigeren Bewusstsein vorstellen kann. Weil es einfach Menschen gibt, die die telepathischen Fähigkeiten noch nicht aktiv haben und die sind natürlich skeptisch, die verstehen nicht, warum es so ist. Weil wenn man diesen Energiesystem, diese Erweiterung des Energiesystems nicht in sich aktiv hat, dann kann man das auch nicht verstehen. Wenn ich Windows 7 oder Windows 97 auf meinem Computer habe, dann kann ich nicht verstehen, was Windows 10 ist. Da sind Welten dazwischen. Ich muss jetzt Windows 10 selbst erlebt haben, damit ich verstehe, was Windows 10 ist. Genau das Gleiche ist es hier mit der Realität. Ich muss einfach die Telepathie und die Fähigkeiten der vierten Dimension, also der vierten Energieebene, in mich verankert haben, damit ich begreife, wie das Ganze funktioniert und wie die Realität, in der wir leben, wirklich funktioniert. Und dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht, wo ich helfe, wo ich erkläre, wie man zum Beispiel die Zirbeldrüse, in dem Fall das wichtigste Organ in dem Gehirn, aktivieren kann, damit man diese Telepathie und damit auch die Energien der vierten und fünften Dimension in sich verankern kann und aktivieren kann. Unter dem Video findest du einen Link dazu. Ich hoffe, ich habe es gut rübergebracht. Wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema, aber ich denke, wenn man die Grundlagen und die Terminologie, die ich hier angeschnitten habe, begreift, dann wird man auch wissen, wovon ich hier spreche und dann wird man auch verstehen, was hier abgeht, warum die Dinge so sind, wie sie sind auf der Welt. Und ja, jeder Mensch hat die Möglichkeit, die Energien der vierten Dimension in sich zu aktivieren und damit seinen spirituellen Weg zu gehen. Es ist aber wichtig, dass die Menschen das auch ernst nehmen, dass sie es anerkennen, dass sie es begreifen, dass sie sagen, ja, ich bin bereit, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte, dass ich diese Energien in mir aktiviere, diese verankere. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, das zu tun. Der Mensch wird geführt, wenn er einen Wunsch äußert, jeder Mensch hat eine höhere Führung, er wird geführt und dann, früher oder später, wird jeder diese Energien auch wahrnehmen. Weil, wie gesagt, wir leben alle auf der Erde und wenn die Erde diese Energien bereits aktiviert hat, dann ist es natürlich nur eine Zeitfrage, bis die Menschen auch diese Energien aktivieren. Warum sind diese Energien so wichtig? Warum müssen wir überhaupt in die vierte Dimension aufsteigen? Warum bleiben wir nicht einfach in der dritten Dimension? Wir können nicht in der dritten Dimension bleiben, weil wenn wir in diesem niedrigen Bewusstsein, also in einem sehr primitiven Bewusstsein der dritten Dimension bleiben, dann führt das automatisch dazu, dass die Menschheit sich vernichten wird, weil einfach das Bewusstsein zu niedrig ist. Das Bewusstsein ist auf einer sehr niedrigen Schwingung und Menschen haben immer den Drang dazu, sich technologisch zu entwickeln und irgendwann mal wird es dazu führen, dass die Menschen sich einfach vernichten. Warum auch immer. Wir brauchen uns jetzt nur die Welt anschauen, wie sie ist. Ernährungssituation, die Klimasituation, die Gesundheitssituation, Wasser und so weiter. Wir steuern, die Menschheit steuert auf eine Betonwand zu. Und wenn wir das so beibehalten, diesen Kurs, wie wir es aktuell tun, wird die Menschheit sich selbst vernichten. Weswegen ein Aufstieg fundamental wichtig ist. Der Aufstieg ist die einzige Hilfe, die die Menschheit hat. Weswegen ich natürlich diese Videos mache und versuche hier den Menschen zu helfen. Ich hoffe, ich habe dir mit diesem Video geholfen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bei weiteren Videos wieder. Für ein Like bzw. ein Kommentar würde ich mich sehr bedanken. Bis bald. Osiris. Aufstieg. Topfo. Nichts Absatz. Topfo. Du kannst dich selbst sprayed. Du bist ja hier bedählst. kommt. Seite.